das ist ja eine menge gegner am leben gelassen ich weiß nicht du bist hier gestorben aber oder knapp das hat glaube ich habe es geschafft ich bin einfach runter gesprungen ganz oben doch ja bei mir war es perfekt alles mathematisch perfekt ausgerechnet und menschen wenn er gestorben wäre es mir auch nicht war ja langsam reicht so weiß nicht ob das geht aber theoretisch kann könnten gehen noch mal zurück mein kürzlich steck und noch mal gucken ob es da ab die skins trocken weil ich meine du hast eh dein und ich will ihn gar nicht erst haben also ich weiß wo wir hin müssen zum tags als steck ich bin ein bisschen von säure umgeben angehört wie dort oder was darum erzähle ich einmal von meinem problem bist du und dann kommt sogar nur an mit mir das sieht kann nur ich bin wichtig nur ich bin wichtig ach das ist sogar die mission dass die und deine mama blut der name gefällt mir ein blut da will die da will da da will die da will da wird die da will das gleiche machen da will die da will Geld ganz viel Geld 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 inshort inskirchen kommt als her geld 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 schießen bei mir leckt was ist bei mir alles gott da hinten wo ich hinschieße ist das tag so siehst du dahin gehst muss denn wieder ganz viel leben und schilder und so einen scheiß haben oder ja wird sich versuchen du stirbst in die fotos zum maxi ich schaffte ich schaffte ich schaffte ich bin drüben ja hallo du heißt solitär ja und du lachst du schon hast du so eine plase benutzt oder hast du es echt hin gerannt ich bin ein gerannt und er hilft und gesprintet und ich habe es geschafft ich glaube ich weiß woran das dann liegt und das ist level irgendwas 60 und so und ich war level 20 oder so und wahrscheinlich macht die säure dort einfach mehr schaden das kann gut sein ja gut das wusste nicht und jetzt ja es ist einfach da ja das ist total gut zum glück muss ich nicht zurück zurück ich habe was geschafft ich habe das schafft das freut mich immer wissen aber es ist da aber es ist da die stack muss ja nicht gleich heißen dass du nicht schief und frei hast fix whatever ich habe mich dafür jetzt eigentlich auch fett und kein archie ist deine boobies also mit ihr spanisch auszuprobieren macht bestimmt spaß für die die das wissen können ich bin noch im magen also wir da runterlaufen wo genau runter hier unten da ist irgendwas ja ja ich komme immer wegen mir ja immer alles auf dir ich nehme an wir dürfen sollen hier nicht lang reißen da man geht in die die egal egal die ist eigentlich immer von deshalb um mit dir in facebook zu schreiben oder wie machst du das mit antworten so ich habe eine anstellung bei boren das habe ich bei jedem spiel das fenster modus vollbild das ist vollbild nach dem fenster modus und ich habe vollbild aber halt kein fenster modus also man sieht das fenster halt nicht aber es ist voll wird so komme ich schneller aber es ist im fenster modus so aber wir sind dahinter ist halt einfach dass ich schneller auf desktop kommen weißt du musst ich einfach nur shift und tab drücken oder ne doch tab und ne alt und tab so meine ich das und dann bin ich sofort auf dem desktop und sofort wieder im spiel wenn ich ja vollbild habe die einstellung vollbild dann kommt jetzt ja das dauert ja kennst ja wahrscheinlich na ja genau und deswegen mache ich bei jedem spiel tab und alt ich weiß nicht ob das jetzt das spiel irgendwie legger macht oder verlangsamt oder irgendwie so was keine ahnung aber es funktioniert bei mir lag frei und so weiter und so fort also ich gehe auch immer überall eigentlich immer mit alten tab auf die auf dem desktop oder wie roma es gibt ja auch zum beispiel schrift und tab und so das ist der einstellung ist es halt so perfekt deswegen benutze ich die immer die einstellung vollbild fenster modus wenn ich das verstehe ja das war's schon können wir gehen ein bisschen komisch das überrascht mich nichts ich habe von diesem mobli gehört mobli ich will beleidigen ach ich muss noch heute mobben ja 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 stimmt ich könnte auch soll ich nicht abschließen ich freue mich wenn ich daneben stehe ich würde aber gerade au ich bin geleisert geteisert wie auch immer so laufen ein bisschen schneller opi omi opi omi ach ja baddestalken einlösen so ich kann ja ich kann ja ich kann ja nichts erledige goliaths also muss ich noch ein paar machen tötet brosia oh tricky ratten erledige ratten echt jetzt was das punkte das würde ich würde nicht darauf ansetzen zu leveln weil das was so einfach automatisch in dem du einfach spielst wenn du dann natürlich wenn du das spiel ist was eigentlich geplant ist ja dazu gerechnet ja okay papa kein problem so was ist ihm gesagt oder mein vater eben und so hat gesagt du stehend jetzt kommt anwälte mit der ewigkeit nicht mehr geducht das ist game oder vielleicht auch zu mir gemeint du stinkst ich weiß es nicht du stimmst recht du wirst mich nicht so einfach los das weißt du ja leider schon ich bin da ja mich vermisst hier nicht hin okay hast mich vermischt nein nein gar nicht vielleicht etwas und ja jetzt haben wir bei der ehefrau wieder vorbei um eine erlelein kommt mal her tschüss ich liebe dich schön anschießen nicht denn ballfuß aber wichtig die ganze durch die gegend lecker das geht gar nicht wie du eben bei mir geleckt hast ja ich ja ist ja ja natürlich oder das könig ich hab jetzt irgendwie was das nicht auf dem handloch lassen wir die späler haben so wie rum und die heißen mal für mich alle bitte danke so deutlich dass du bei das token und sonne mein gott ja habe ich eben gelesen wichtig ja natürlich sind sie nicht dafür ausgelegt dass wenn du auf das spiel durchspielst was ich ja nachdem jetzt der vorhabe warum sollte ich das sagen let's play nochmal nochmal ja weil man schwerer ist und bessere items und so und brauche ich nicht mach das war auch ich nie dann halt danach mit patrick ja 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 irgendwann haben wir alle achievements und wir haben kein leben ab dem auch kein leben er hatte du ich glaube du wolltest das mit dem russen erzählen ja 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 ich habe viele russen als freunde aber ich hatte trotzdem großen doch weiß ich jedenfalls der hat wir alle verschiebt und anscheinend sogar noch nicht gesehen habe gehört habe versteckte also die halt keine richtigen erschienen sind aber es sind erschiebt und da hat auch alle und der ist irgendwie er hat einfach kein lieb man kann ich sagen hat ww durchgespielt so schon mal er hat ja sagen kann wird aber der war überall erster hat irgendwie als erstes den weg den nun ja als erster level 90 auf dem gesamten server natürlich sterb ich dann auch also ich weiß nicht was bei dem typen fahr ich habe ja nichts gegen ww spieler ich meine adrian ist ja auch ein ww spieler ist guter freund von mir aber jetzt aber ich glaube du schaffst nicht mich zu wiederbeleben nein aber ich verstehe einfach nicht wie man sein leben so kaputt machen kann nur mit lol ja es geht noch das geht leider war für die die es nicht wissen ich habe ich glaube schon mal erwähnen was 0 ja noch mal erwähnen du hast eben erwähnt das eben einmal erwähnt du hast eben gesagt unser wie kann man sich das leben nur zerstören mit lol so zerstört aber wie erwähnt das aber leider gesagt wenn ich rum auf den taschstuch von niedl jetzt sind zehn erfahrt benutzen die taschentücher aber nicht aufgestiegen mal richtig ja aber das ist natürlich richtig nicht zum nächsten aufgestiegen das ist schön ich brauche keine taschentücher ok den anderen spruch verkneife ich mir jetzt mal aber heute das passiert vielleicht nicht aber ich habe heute ich muss doch ich erzähle ich habe heute die ähm dann werden die mir zackt lecker auf zwei multiplayer aber ich habe die lustige auf den scheiß hatte und um irgendwann so ein kind mit einem 0 32er kd halt im spiel du bist tot sagt dann so in die lobby und um irgendwann blick aufs zammies und ich gucke